Eine sichere Welt Eine sichere Welt für die Kinder, ein Platz, wo man glücklich sein kann. Wir wollen eine sichere Welt für die Kinder, dass sie auf der Welt sicher sind. Die Kinder sind winzige Leute, es gibt Regeln nur für das Kind. Wir brauchen Gesetze, die Kinder beschützen, so lang bis sie erwachsen sind. Und es gibt noch stets Kinder, die werden vermisst und wollen nach Hause zurück. Eine sichere Welt für die Kinder, ein Platz, wo man glücklich sein kann. Eine sichere Welt für die Kinder, sie rechnen mit dir und sie rechnen mit mir. Die Kinder sind so schnell erwachsen, das geht wie der Blitz, so geschwind. Und ihr bester Schutz ist das, was wir sie lehren, solange sie noch Kinder sind. Denk nach, wenn du etwas von ihnen verlangst, erziehe sie niemals durch Angst. Eine sichere Welt für die Kinder, ein Platz, wo man glücklich sein kann. Es hat keine Zeit mehr bis morgen, sie rechnen mit dir und sie rechnen mit mir. Sei für sie ein Freund, dem sie sagen, was spannend und neu für sie ist. Dann kommen sie zu dir mit all ihren Sorgen, weil du stets verständnisvoll bist. Und eins ist für dein Kind sehr wichtig, darum zeig ihm jeden Tag deine Liebe. Zeig ihm jeden Tag deine Liebe. Dann kommen sie zu dir. Dann